Wie verantwortlich man ist quasi für seine Mitarbeitenden und ich glaube, das ist auch so eine Frage, die vor allem für junge Führungskräfte eine interessante ist, weil man ja eben neu in der Position ist und sich denkt, eben wie du es gesagt hast, ja, ich kann und möchte super viel verändern und alles besser machen und alles neu machen. Und da ist aber eben nicht nur das wichtig, dass man zuerst mal einen Schritt zurücknimmt und auch mal sich zuerst alles anschaut, ganz in Ruhe, sondern dem, glaube ich, noch vorgelagert so ein bisschen dieses eigene Verständnis dafür entwickeln, was ist denn die Rolle, die man als Führungskraft überhaupt spielen möchte sozusagen. Weil je nachdem, welche Strukturen irgendwo herrschen, also es sollte immer irgendwo eine Person geben, für die man verantwortlich ist sozusagen oder die für einen verantwortlich ist in gewisser Weise. Was natürlich tatsächlich in allen Strukturen wichtig ist, weil meistens hängt das mit der Entscheidungsfähigkeit sozusagen zusammen oder sagen wir es andersrum, der Befähigung, Entscheidungen zu treffen, nicht die Entscheidungsfähigkeit, sondern die Befähigung, Entscheidungen zu treffen, bekommen halt nur bestimmte Positionen. Das würde ich jetzt mal sehr grob dann in den meisten Fällen als eine Führungsposition bezeichnen, auch wenn es natürlich dann kleinere Dinge gibt, die vielleicht die individuellen Mitarbeitenden machen können. Aber natürlich die größeren Sachen kann natürlich nur eine bestimmte Person machen. Und da ist aber für mich dann eben gleichzeitig die Frage, naja, es muss trotzdem auch irgendwie Verständnis sein, dass ich durchaus verantwortlich bin für die Personen unter mir, unter Anführungsstrichen. Dass sie sich gut entwickeln können, dass sie sinnvoll arbeiten können. Und da muss man wiederum alle im Blick haben. Also da kann man dann nicht bestimmte Menschen ausschließen, nur weil sie vielleicht irgendwie weniger enge Führung brauchen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich im Kopf zu behalten, dass man eben diese Verantwortung als Führungskraft gilt den individuellen Menschen, die man sozusagen führt, weil man möchte sie ja weiterentwickeln. Also das haben wir ja schon mal erwähnt zu den Fragen des Führungsverständnisses. Was heißt denn überhaupt Führung? Also da ist es durchaus auch zu definieren mit Verantwortung dafür, dass sich Menschen mit deiner Unterstützung weiterentwickeln können in ihrer Arbeit. Also es wäre fast schade zu sagen oder zu denken als Führungskraft, naja, Hauptsache das Unternehmen läuft und wie die Menschen sich darunter versklaven. Damit das klappt, ist dann nicht mehr meine Geschichte, weil Hauptsache das Produkt ist am Ende da. Also das ist, würde ich persönlich zumindest als ein bisschen schwierige Perspektive bezeichnen, weil es ist ja ein bisschen auch so ein Trickle-Down-Effekt. Also wenn du die einzelnen Menschen gut entwickelst, dann wird sich für oder später das Produkt auch gut entwickeln. Und es ist nachhaltiger, als quasi zuerst aufs Produkt zu schauen und die Menschen links liegen zu lassen.